Und das spitzt sich jetzt immer mehr zu, was man eigentlich mit Verantwortung nennt. Denn ich würde sagen, Verantwortung schließt ein, Kritik an der jetzigen israelischen Politik. Welche Kritik wäre angebracht? Also, um das massiv auszudrücken, die gesamte Politik den Palästinensern gegenüber, Settlements und so weiter, das ist sowohl gegen Völkerrecht wie menschlich kaum zu verstehen. Siedlungspolitik. Ja. Herr Schmidt, wie sehen Sie das? Kritik an Israel, möglich oder tabu? Ich stimme Fritz Stern zu, da ist vieles zu kritisieren. Aber es ist leider so, dass wenn ein Deutscher Israel kritisiert, dann wird ihm das als Antisemitismus ausgelegt. Die Äußerung von Frau Merkel, die Zustände auf der sogenannten Westbank, also in Palästina, oder die Zustände im Gazastreifen sind natürlich schrecklich. Schrecklich nicht nur auf palästinensischer Seite, sondern schrecklich eben auch auf israelischer Seite. Dass da am laufenden Bande sogenannte Siedlungen errichtet werden. Zum Teil richtige Wohnblocks und eine Mauer errichtet wird auf einem Gelände, das nicht zum Staate Israel gehört. Alles das sind Dinge, die eigentlich kritisiert werden sollten. Und wenn man sie verschweicht und stattdessen sagt, wir tragen eine besondere Verantwortung für die Sicherheit Israels, dann ist das möglicherweise eine nicht bis zu Ende gedachte Teil der eigenen Außenpolitik.